Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Wir sind wieder zu zweit, wir haben es ja in der letzten Folge oder letzte Woche schon angekündigt, dass wir weiterhin nur zu zweit sind in der Aufnahmesession gerade, weil René weiterhin im Urlaub ist, sei ihm gegönnt weiterhin. Und nächste Woche sollte es dann hoffentlich wieder zu dritt möglich sein. Also wir versuchen es auf jeden Fall. Wir haben auch schon wieder ein paar Themen parat, auch welche, die durch euch gekommen sind. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und ja, heute haben wir ein Thema, was Benji ein bisschen eher betrifft als mich. Sorry. Hallo Herr Mayer. Den musste ich jetzt raushauen, sorry. Aber mit dem wir beide möglicherweise gar nicht mehr so rechnen können. Ich will jetzt noch nicht vorweg was sagen, wir werden es gleich ansprechen. Ich wahrscheinlich noch eher als du. Ja, das kann natürlich auch sein. Das glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. Ich kriege vielleicht noch ein bisschen, was du dann wahrscheinlich schon nicht mehr. Ich kriege gar nichts mehr wahrscheinlich. Gut, ihr seht es jetzt schon in der Ding, im Titel wahrscheinlich, weil ich es da schon angeteasert habe. Deswegen können wir es jetzt eigentlich ja doch sagen, es war ein bisschen blöd. Ja, es geht heute um das Thema Rente. Werden wir alle von unserer Rente leben können? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee. Nee, wir wollen uns das Thema, mit dem Thema Rente mal ein bisschen befassen. Auch mal, ich habe mal so ein paar Artikel rausgesucht, die ich dann wahrscheinlich in dem Podcast dann auch noch auf YouTube zumindest einblenden kann. Oder werde dann die Artikel. Und ja, erstmal, bevor wir jetzt aber starten, wie geht es dir alles fit im Schritt, so die letzten zehn Minuten, wo wir es aufgenommen haben? Hat sich was geändert? Nee, alles immer noch genauso wie vor zehn Minuten. Also für unsere Zuhörer ist es ja vor einer Woche gewesen, aber... Stimmt. Ja. Wie ging es dir vor einer Woche? Also vor zehn Minuten. Nee, spannend. Gut, weiterhin gut. Mir auch. Das ist das Wichtigste. Nee, ähm... Spannendes Thema eigentlich. Ich habe es erst ein bisschen, bevor wir uns besprochen haben, was für Themen wir nehmen, habe ich erst so ein bisschen gedacht, ah, Rente, eigentlich gar keinen Bock. Aber mittlerweile, aber jetzt, weil Manu sagst so, äh, Manu macht mir die Themen immer schmackhaft, wenn er da anfängt, darüber zu reden, dann fallen mir immer tausend Sachen ein. Deswegen gehen auch unsere Folgen immer so lange. Ja, wir planen eigentlich, eigentlich haben wir gesagt, so am Anfang, ja, so 15, 20 Minuten. Ich glaube, die letzten Folgen hatten jetzt 30, 34 Minuten, die, also die von letzter Woche, die wir jetzt gerade aufgenommen hatten, 25, 27 Minuten, bis ich sie dann geschnitten habe und so. Ja, äh, es sind aber auch so Diskussionsthemen, ne? Und es ist genauso wie mit Rente. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal, äh, einen Artikel rausgesucht, eine Partei, ich will jetzt hier nicht den Namen nennen, bevor hier wieder irgendwie Bashing oder sowas kommt, das muss man ja auch nicht sagen, will, dass die Deutschen länger arbeiten, vier Grafiken erklären, warum, gut, die Grafiken muss ich jetzt nicht, äh, darauf will ich jetzt auch nicht reingehen, aber es geht darum, einfach in dem Artikel, wir sollen ab, wo steht's, die Empfehlung sieht vor, dass das Renteneintrittsalter ab 2030, also ich werde den Scheiß noch erleben, äh, an die steigende Lebenserwartung gekoppelt wird. Konkret erhöht sich die Regelaltersgrenze um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr. Juhu, äh, heißt es darin. Bislang steigt das Renteneintrittsalter der gesetzlichen Rente bis zum Jahr 2030 schrittweise auf 67 Jahre an. Ciao. Ich habe keinen Bock, bis 67 zu arbeiten, das weiß ich jetzt schon, ich glaube, keiner von euch da draußen hat Bock, bis 67 zu arbeiten, nur, alle, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hören, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, die sind in unserem Alter, werden wahrscheinlich bis 70 arbeiten, weil das ist die Idee vieler Parteien, weil wir einfach keine, ja gut, wir haben jetzt die Boomer, die jetzt alle in Rente gehen, die müssen finanziert werden durch uns und wir müssen dann bis wahrscheinlich 70, 75 oder vielleicht gibt es dann irgendwann mal so ein Programm von irgendeiner Partei, die gleich den Sarg einfach ins Büro stellt. Da musst du nichts mehr machen, dann kannst du 24, 7 arbeiten, dann fällst du halt einfach im Büro um. Das ist so ziemlich der Vorschlag mit der Rente bis 70 und ja, ganz ehrlich, ich kann mal ein bisschen vorgreifen, deswegen fange ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr an zu labern. Ich habe mir aus Spaß, normalerweise, ich bin auch keine 27, ich werde das 27 im August und ich habe mir mal aus Spaß einfach mal so einen Rentenbescheid anfordern lassen. Das könnt ihr alle machen, wenn ihr Bock habt, der Rentenversicherung ein bisschen auf den Sack zu gehen. Wenn ihr, glaube ich, ihr müsst mindestens, glaube ich, ein Jahr eingezahlt haben, zählt auch Ausbildung zu, aber wenn ihr Bock habt, den ein bisschen auf den Sack zu gehen, geht doch einfach mal auf den ihrer Website, da braucht ihr nur eure Rentenversicherungsnummer, euren Namen und euer Geburtsdatum und dann könnt ihr euch den Wisch einfach mal anfordern lassen. Dann seht ihr erst mal so, ich habe jetzt 10 Jahre gearbeitet, habe nicht schlecht verdient, muss ich auch dazu sagen. Ich hätte nach derzeitigen Anspruch oder nach derzeitigen, ja, was ich eingezahlt habe, einen Anspruch von 300 Euro Bruttorente. Ist das nicht schön? Du arbeitest, du arbeitest mehr, ist Rente, um es mal so zu sagen, du kriegst ja Entgeltpunkte. Entgeltpunkte nennt sich das, das sind, glaube ich, momentan 34, 35 Euro pro Entgeltpunkt und dafür musst du aber auch im Monat 3680 Euro verdienen. Das ist erst mal so, schon mal der erste wuchtige Hammer. Viele, und ich garantiere euch, nicht mal ich habe eigentlich so viel verdient, außer dann kam eine Lohnerhöhung, dann war das mal so der Fall, aber vorher habe ich auch nicht so viel verdient. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Durchschnittsbürger 3680 Euro im Monat verdient. Reden wir jetzt von Brutto oder nicht? Wir reden von Brutto. Okay. Und das ist aber, glaube ich, oder würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht der Zwischenschnitt der Gesellschaft. Nie und nimmer. Äh, nee. Und, ja, kannst ruhig sagen. Ja, genau, da sind wir ja direkt wieder bei dem Thema, ob man später von der Rente leben kann und so und das haben wir eigentlich schon relativ schnell verneint, direkt zu Anfang und das finde ich ja so interessant an der Stelle, weil einerseits müssen wir eigentlich, jeder von uns sollte zumindest, privat vorsorgen. Also, äh, ich rede jetzt nicht von einer Riester-Rente. Bitte macht das nicht. Ich habe diesen Fehler einmal gemacht. Ich bin da zum Glück wieder raus, aber hat mich, hat mich ein paar Tausender gekostet. Riester ist der größte Scheiß. Macht, äh, keine Ahnung. Das hört unsere andere Folge an. Da haben wir es euch erklärt, was das Beste wäre. Also, da habt ihr, da sorgt ihr vernünftig aktiv für eure, äh, für eure Rente vor und, ähm, dass da eben das so schwer gemacht wird vom Staat. Ich habe auch einen Kollegen, der ist in Aktien drin, der sagt, es müsste einem viel schmackhafter gemacht werden, ähm, privat vorzusorgen über Aktien und sowas, aber stattdessen, statt dass der Staat einem das schmackhaft macht und das so möglich, so einfach wie möglich macht und einem eventuell da Vorteile verschafft, äh, wird einem das madig gemacht, indem man dann noch, noch viele Steuern zahlt auf alles mögliche und es wird kompliziert bis zum Ende, bis zum geht nicht mehr gemacht und, ähm, man wird, man wird eigentlich vom Staat wird man Richtung Riester gepusht. Der Staat möchte am liebsten, dass wir alle Riester haben. Ja, jetzt ja nicht mehr. Das gibt es ja jetzt so seit ein, zwei Jahren ist ja da oder so vor drei Jahren war, glaube ich, so eine Hetzkampagne und da haben die selber ja eingesehen, okay, äh, macht keinen Sinn mehr. Deswegen wird es, glaube ich, auch jetzt gar nicht mehr so beworben, weil im Endeffekt die ganzen Versicherungen sich da die Taschen voll gemacht haben. Yay! Aber es war so gewollt. Es war ja von Anfang an fast so klar, dass das, äh, so gewollt ist, weil halt auch viele, ja, Vorstände und sowas da und Spendengeber da halt auch drinnen gesessen waren, ne? Also da, ich will jetzt keine Korruption unterstellen, aber vielleicht will ich es doch ein bisschen. Egal. Ähm, es ist, es ist so ein Thema, es kann wirklich aufregen. Und ich habe ja gesagt, gut, ich hätte jetzt momentan 300 Euro Rentenansprüche, aber dann steht ja noch der andere Punkt in dieser Rentenauskunft drinnen. Und da steht dann, äh, wie viel Rente du bekommen würdest, wenn du in Rente gehst. Also wirklich dann, ich habe dann 47 Jahre gearbeitet, nach jetzigem Stand wahrscheinlich bis 70. Dann würde ich eine Rente kriegen von 1800 Euro. Hört sich schön und gut an. Denkst du dir so, okay, du hast jetzt netto so und so viel gehabt, dann hast du halt jetzt netto 1800 Euro. Ne, scheiß drauf. So ist es nämlich eben nicht. Da gehen dann noch ab, äh, Versicherungen, Krankenpflegeversicherungen, die auch immer teurer werden. Für mich beides Scamprodukte, wenn man ganz ehrlich sich ein bisschen damit auskennt, weiß man, wie viel Geld da rausgeschmissen wird, wie die ganzen Geschäfte da rauslaufen. Wird weiter ansteigen über die nächsten Jahre, also könnt ihr da noch mehr abziehen. Und, was seit neuestem Jahr ist, ab einem gewissen Jahrgang, und das betrifft uns wahrscheinlich alle da draußen, ist es auch noch steuerpflichtig. Und dann gibt es einfach Rechner, digital, online, da könnt ihr dann angeben, hm, wie viel Rente hätte ich denn da, und ich würde auf 1250 Euro Netto-Rente kommen. Du hast 45 Jahre gearbeitet, oder 47 Jahre, oder dann bis 70 gearbeitet, und kriegst dann einfach fucking 1250 Euro Rente. Und da hast du, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, euch das auch mal so einfach mal anzufordern. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das einfach anzufordern bei eurer Rentenversicherung, und euch einfach das mal so vor Augen zu setzen, was ihr da seht, ne, und dann denkt mal so, hm, würdest du jetzt von 1250 Euro leben können, wenn du eine Miete noch zahlen musst, wenn du einkaufen gehen musst, wenn du vielleicht noch ein Auto hast, was weiß ich was, versucht doch einfach mal, egal wie viel ihr jetzt verdient, es gibt viele Leute, die leben nur von 1250, das ist nicht böse gemeint, ne, aber versucht mal, wenn ihr dann wirklich mehr verdient, und dann überlegt euch mal, hm, 1250 ist nicht mehr dann die Welt, wenn ihr dann eben noch Miete und sowas zahlen müsst, und das Schlimme ist, es ist auch nicht mehr weit zur Grundsicherung. Die Grundsicherung liegt, glaube ich, auch schon so bei 950, 980, und das muss man sich mal überlegen. Und da wären wir dann auch so wieder bei einem komplett anderen Thema eigentlich, lohnt sich Arbeit dann überhaupt noch, ne? Wenn du überlegst, okay, Grundsicherung und dann 300 Euro Netto-Rente und so mehr, ne, aber bei Grundsicherung kriegst du dann teilweise die Wohnung gezahlt, ne, da wirst du einfach komplett verarscht. Für mich ist Rentenversicherung, aber das sage ich auch schon, seit ich arbeite, irgendwie ein Scammy-Produkt. Ist ein komplettes Scammy-Produkt, du zahlst 45, 47 Jahre da ein, kriegst einen Bruchteil möglicherweise da wieder raus, und das Schlimme ist, wenn du die Rente nicht erreichst, kriegst du auch einen Scheißdreck, sondern die Rentenversicherung finanziert darum wiederum andere Renten. Für mich ist es eigentlich ein komplettes Scam-Produkt, wenn wir jetzt mal so wieder Kryptoworte bleiben. Ja, deswegen wird ja auch nicht wirklich was gegen die Tabakindustrie gemacht, weil im Grunde genommen spielen die denen ja wieder in die Hände. Ja, natürlich. Je mehr Raucher du hast, umso früher sterben die Leute dann im Alter. Ich meine, sorry, also ich will auch niemandem zu nahe treten, aber meine Tante, die ist selber starke Raucherin gewesen, die hat jetzt vor kurzem auch das Zeitliche gesegnet, Gott hab sie selig, die hat auf ihrem Sterbebett gesagt, sie hätte schon gerne noch ein bisschen länger gelebt, und es war nun mal so, dass die Ärzte gesagt haben, sie sterben jetzt nicht, weil sie geraucht haben, aber hätten sie nicht so viel geraucht, dann hätten wir jetzt noch was machen können, um das nochmal zu beheben. Also ich weiß, sie hatte irgendwas, und das konnten sie nicht mehr machen, weil die Lunge so schon so in mit Leidenschaft krissen worden ist. Das heißt, ein chirurgischer Eingriff hätte nichts mehr gebracht. Sie ist zwar an was anderem gestorben, aber im Grunde genommen hat das starke Rauchen dazu geführt, dass sie nicht mehr gerettet werden konnte, im Grunde genommen. Und im Nachhinein, glaube ich, hat sie es bereut. Sie hat sich gedacht, hätte ich vielleicht mal doch nicht geraucht in meinem Leben, dann hätte ich jetzt noch ein paar Jahre länger gehabt. Und so, wie sich das halt so makaber sich das anhört, aber so ist es, das ist das Optimale, was sich der Staat wünscht. Und dass wir alle ein Leben lang schön einzahlen und dann möglichst früh das Zeitliche segnen. Und man muss ja dazu sagen, es ist eine Zwangsabgabe. Klingt zwar jetzt wieder hart, aber es ist einfach eine Zwangsabgabe. Du bist ja verpflichtet, in diese scheiß Rentenversicherung einzuzahlen, bist du verpflichtet. Du kannst nichts dagegen tun, du kannst dich auch schlecht befreien lassen davon. Naja, genau. Außer du bist selbstständig, dann bist du selber für deine Rente verantwortlich. Aber ansonsten, und das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich habe hier auch mal gerade von der deutschen Rentenversicherung die Seite offen, weil es gibt ja so ein gewisses Rentenniveau. Das wurde vom Staat bis 2028, darf das nicht unter 48 Prozent fallen. Das heißt, 48 Prozent von deinem letzten Bruttoverdienst. Und ab 2028 ist es derzeit nicht weiter garantiert. Und man geht davon aus, bis 2035, auch da bin ich noch nicht in Rente, wird das Rentenniveau auf 45,8 Prozent fallen oder sogar 43 Prozent. Das heißt, euer letztes Brutto, was ihr habt, wird dann einfach noch weniger. Das heißt, eure Löhne steigen vielleicht, aber eure Rente bleibt einfach im Endeffekt leicht, trotz Inflation und allem drum und dran. Es ist einfach krankhaft. Für mich ist dieses, erstens das ganze System wirklich scammy, wenn man einfach mal drüber nachdenkt. Und du zahlst jahrelang und hast nie irgendwie eine Chance, wieder an dein Geld reinzukommen. Erlebst es dann möglicherweise nicht mehr. Also für mich ist es komplett... Also ich sage mal so, ich würde es vielleicht ein bisschen vorsichtiger bezeichnen, weil es gibt ja andere Länder, da ist es definitiv noch schlimmer. Da verdienst du aber auch nicht so viel. Genau, man soll sich auch nicht immer, man soll sich auch nicht immer, sag ich jetzt mal, mit Ländern vergleichen, wo es noch schlimmer ist. Schlimmer geht immer, aber es geht auch besser. Es gibt auch bessere, es gibt auch Länder, wo es besser läuft. Aber was ich an der Stelle halt einfach schlecht finde an diesem System, ist, dass dem Bürger komplett die Mündigkeit abgesprochen wird. Also man behandelt den Bürger an der Stelle wie ein kleines Kind. Komm, gib das Geld mal dem Papa, der Papa legt das für dich zurück für schwere Zeiten. Hast aber keinen Einfluss drauf. Ja, und man hat keinen Einfluss drauf. Und das ist das, glaube ich, was Manu hauptsächlich bemängelt. Und da würde ich mich definitiv auch anschließen. Das ist schlecht. Das habe ich ja vorhin auch schon gemeint. Man müsste dem Bürger einfach viel mehr Freiheiten einräumen. Und vor allen Dingen dem Bürger einräumen, dass er in der Lage ist, das selbst zu verstehen. Und das selbst für sich in die Hand zu nehmen. Nur, dann kommen wir in ein anderes Problem. Wenn nämlich nicht mehr alle einzahlen, dann ist auch wiederum weniger in der Rentenkasse für die Allgemeinheit drin zur Verfügung. Richtig. Und dann weiß ich nicht, ob das System überhaupt noch funktionieren würde. Wahrscheinlich ist das das Hauptargument. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn weniger einzahlen, dann kriegen ja auch nur weniger wieder was raus. Und von daher ist das eine statistische Sache. Und von daher wird ganz klar, durch diese statistische Geschichte, wird ja ganz klar darauf spekuliert, je mehr Leute einzahlen, umso größer ist ja da auch dann die Anzahl derjenigen, die vorher schon sterben. Und die quasi nur einzahlen und nie was rausbekommen haben. Die sind quasi mit in der Rechnung mit drin. Wenn jetzt nur noch wenige einzahlen und wenn das quasi nur noch diejenigen machen, die, was weiß ich, die das für sich selbst ausgerechnet haben, dass das für sie sich lohnen wird, weil sie eine hohe Lebenserwartung haben, weil sie immer gesund gewesen sind, weil sie sich denken, ja, für mich passt das. Dann hast du nicht mehr diese Leute, die quasi einzahlen und dann nichts rausbekommen, sondern hast du nur noch die Leute drin, die der Meinung sind, dass das für sie auch lohnt. Und dann lohnt es sich ja für die Gegenseite nicht mehr. Das Problem ist, du darfst es ja nicht mal mehr so nennen, dass sich das überhaupt noch lohnt. Ich habe auch da noch einen Artikel offen. 112 Milliarden Euro. Musst du mir auf der Zunge zergehen lassen. 112 Milliarden Euro betrug der Bundeszuschuss für die Rente 2023. Der Staat finanziert im Endeffekt die Renten noch zusätzlich. Und da merkst du doch, das ist wie ein Unternehmen, was insolvent gehen kann. Im Endeffekt läuft die Rentenversicherung nur durch den Staat. 112 Milliarden Euro wurden da 2022 für das Jahr 2023 bezuschusst. Und die Statistik zeigt auch, wir waren vor ein paar Jahren noch bei 90 Milliarden, jetzt sind wir bei 112 Milliarden. Jetzt lass die ganzen Babyboomer-Generationen, die jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente geht, lass die mal noch kommen. Und dann lass mal den Status weiter bezuschussen. Es ergibt halt keinen Sinn. Es wird zwar davon ausgegangen, dass Bundeshaushalt irgendwann mal die Billionenmarke knackt in den nächsten, ich glaube, fünf, sechs Jahren. Aber trotzdem muss man mal überlegen, dass ein Zehntel oder sogar ein Achtel, ein Neuntel der ganzen, ich sage jetzt mal, des ganzen Verdienstes des Staates in diese Rentenversicherung nochmal reinfließt. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass es ein solides, eine solide Basis für die Rentenversicherung ist. Dann hast du Corona, wo der Staat sowieso weniger Kohle zur Verfügung hat und du pumpst trotzdem noch 112 Milliarden einfach in diese Rentenversicherung und das wird nicht reichen. Wir haben eben diese Babyboomer-Generation, die jetzt mehr in Rente geht. Die muss finanziert werden. Wir haben weniger Leute, die arbeiten wollen. Dann guck dir den Arbeitsmarkt an und so. Und wie sollen die durch auch KI-Zeitalter, durch weniger Jobs, die möglicherweise irgendwann mal anfallen, momentan kannst du dir einen Job aussuchen, klar. Aber wer weiß, wie das dann in fünf bis zehn Jahren. Und die Rentenversicherung soll ja angeblich sicher sein, was ich nie und nimmer glaube, auch wenn sie zugesichert ist. Aber für mich ist dieses ganze Konstrukt Rentenversicherung oder generell Rente ist für mich einfach ein Loch ohne Boden oder ein Fass ohne Boden, je nachdem, wie man das einfach nennt. Das macht einfach für mich persönlich keinen Sinn. Deswegen, ich würde sagen, okay, weiß nicht, ob du noch Rente kriegst. Ich glaube, ehrlich gesagt, einerseits glaube ich nicht mehr, dass ich in meinem Alter noch irgendwie mal Rente kriegen würde. Du musst heutzutage, und das ist eben der Fehler, der vom Staat gemacht wird. Es wird zu sehr gesagt, ja, Rente ist doch sicher. Ja gut, wenn ich mich mit 50-, 60-jährigen Leuten unterhalte, die sagen, ja, Rente ist doch sicher. Für euch ist die sicher. Aber für mich als, ich sage jetzt mal, Mitte-20-Jährigen oder auch vielleicht Mitte-30-Jährigen würde ich diesen Spruch einfach nicht mehr bestätigen. Nee, tatsächlich. Auch ich als 40-Jähriger verlasse mich darauf definitiv nicht. Deswegen habe ich ein Haus gekauft, damit ich später mal nicht mehr Miete zahlen muss. Wenn wir das Haus abbezahlt haben, dann wohnen wir hier mietfrei. Dann haben wir nur noch die Nebenkosten. Die sind überschaubar. Das geht ja auch. Aber das ist ja zum Beispiel schon mal ein erster guter Step eigentlich, ja, mit Selbstversorgung mäßig halt. Also, dass du was für dein Rentenalter tust. Du musst keine Miete mehr zahlen. Und wenn dieser Brocken, und Miete ist so ein Punkt, der wird ja nicht billiger. Wir haben einen Wohnungsmangel. Der Staat hat eigentlich ein Ziel von 400.000 Wohnungen. Wir hatten letztes Jahr 300.000. Dieses Jahr wird von 200.000 ausgegangen. Nächstes Jahr habe ich jetzt erst am Donnerstag einen Artikel gelesen oder am Mittwoch, dass das Ziel wieder deutlich unter ist. Wir werden unter 200.000 Wohnungen im Bauen wahrscheinlich im nächsten Jahr. Hat natürlich auch mit Mangel und sowas zu tun, Bauarbeiter und was weiß ich was. Aber Mieten werden ja dann noch schweineteurer. Und wenn so ein Brocken im Alter mal wegfällt, dann lässt es sich auf jeden Fall schon mal besser leben. Die andere Ding ist aber dann, wenn du Grundsicherung kriegst, im Alter, kriegst du die Wohnung auch wiederum finanziert. Das ist halt, deswegen muss man sich ganz genau überlegen. Ich kenne auch genug Leute, die sich überlegen, noch in die Rentenversicherung einzuzahlen. Aber du musst ja teilweise mal 20.000, 30.000 Euro privat einzahlen im Jahr, damit du ein paar Euro Rente kriegst. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du musst ja überlegen, du kriegst einen Entgeltpunkt von derzeitig 34, 35 Euro. Jetzt einfach mal hoch ein bisschen übergeschätzt. Und für diesen Entgeltpunkt musst du 3.680 Euro im Monat verdienen. Jetzt rechnet ihr das mal hoch, mal 10. Das heißt, du musst in die Rentenversicherung zwischen 30 und mittleren 30.000er Betrag einzahlen, damit du 30 Euro Rente kriegst. Ich frage mich manchmal, was in solchen Köpfen losgeht, die wirklich sagen so kurz ein Jahr vor der Rente, jo, ich zahle jetzt nochmal 30.000 Euro einfach mal daran ein, um 30 Euro mehr Rente zu kriegen. Was ist denn das? Das muss sich ja auch lohnen für dich. Und davon gehen ja auch noch Steuern und Abgaben und sowas ab. Also dann lieber entweder unter das Kopfkissen legen. Das ist besser, als es da reinzustecken, weil es wird einfach nicht mehr werden. Oder, ja, wie wir es in einem anderen Podcast-Thema auch angesprochen haben, investieren während eures ganzen Lebensjahr, auch wenn es nur geringe Beträge sind. So, ETF haben wir ja auch besprochen im vorletzten Podcast. Ich glaube, vorletzter war es. Das ist zum Beispiel persönlich so ziemlich dann meine Altersversorgung irgendwann mal. Das ist für mich das, was ich aufbaue, ohne einen Start, weil ich einfach an die Rentenversicherung, ehrlich gesagt, einfach nicht mehr glaube. Das ist einfach so mein Punkt. Und das wird wahrscheinlich dann auch noch vielen so gehen. Man muss ja auch mal dazu sagen, ihr kriegt ja nur die volle Rente, wenn ihr dann auch wirklich, wenn ihr jetzt bis 70 arbeiten müsst, bis 70 arbeitet. Und jetzt sag mal einem Dachdecker, ich habe im Büro gearbeitet. Für mich ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber geh mal zu einem Dachdecker oder was weiß ich was, die auf dem Bau schaffen. Ey, du schaffst jetzt bis 70. Die scheißen dir was. Und das, finde ich, ist auch ein Ding. Das ist ein Unding, das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht die Leute bis zum Umfallen in gewissen Branchen arbeiten lassen. Das funktioniert nicht. Kannst du nicht so über einen Kamm scheren, nein. Nee, das ist ja auch, das ist ein bisschen unfaires System auch, weil ich möchte ganz ehrlich, wenn ich jetzt Dachdecker wäre, oder keine Ahnung, auch Maurer oder so, es ist ein echt körperlich anstrengender Job. Und da muss man auch ein bisschen differenzieren. Aber das ist ja auch das, manche Stimmen sagen, ja, das muss kommen. Manche sagen dann aber auch von den größeren Parteien, nö, das muss eben nicht kommen. Die können schon bis 70 arbeiten oder suchen sich halt einen anderen Job. Ja. Und dann hörst du mit 60 das Arbeiten auf, kriegst dann noch eine Rentenkürzung und hast aber 45 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Ja. Also für mich ist dieses ganze Konstrukt Rente ist sicher, ist komplett gescheitert. Und es macht einfach, es hat vielleicht früher mal ein bisschen mehr Sinn gemacht und sowas, wo einfach mehr Leute gearbeitet haben als in Rente gehen. Es gibt ja, ich glaube, früher war das Ding so 1 zu 3 oder so. Drei Personen haben gearbeitet, einer ist in Rente gegangen, irgendwie sowas. Ja, man redet ja immer von dieser Alterspyramide. Ja, genau. Die oben so dünn war und unten hin immer dicker. Und die Basis war das dickste. Und diese Pyramide ist ja schon mal längst keine Pyramide mehr, sondern das ist, das oben wird immer dicker. Und unten immer flacher. Und unten wird es immer dünner. Und das funktioniert halt einfach nicht mehr, weil immer weniger Leute die Rente für immer mehr Leute zahlen müssen. Das System ist inhärent broken. Es müsste, wenn wir danach gehen, Insolvenz anmelden. Du kannst, weil jedes andere Unternehmen, wenn es 112 Milliarden Euro braucht im Jahr, um zu überleben, wäre diese Firma, jeder würde dir an den Kopf hauen und einfach sagen, jo, da investiere ich keinen Cent mehr rein. Bundesregierung, ey, wir hauen mal 112 Milliarden ein. Dann wird es ja, gut, es wird dran gearbeitet, wo man jetzt aber auch komischerweise seit einem Jahr habe ich nichts mehr darüber gehört mit Aktienrente und so ein Shit. Wobei ich das auch nicht gut finde, weil ich dann eher der Meinung bin, dann nehme ich es lieber selber in die Hand. Weil alles, was bis jetzt der Staat in die Scheißhand genommen hat, Flughafen BER und sowas, ist bis jetzt komplett gescheitert. Und man kann die, ich finde die Idee grundsätzlich, finde ich es ja nicht schlecht. Das Problem ist, es wird ja immer so Beispielen, Norwegen und sowas da genannt. Norwegen hat Ölvorkommen bis zum geht nicht mehr. Norwegen tut seine ganzen Ölvorkommen, also die ganzen Gewinne, die da reinfließen, werden halt in diesen Fonds reingepumpt. Die haben nicht wirklich viel zu verlieren. Aber wenn jetzt ein Deutschland mit jetzt, wo die ganzen Babyboomer in Rente gehen, jetzt damit anfängt, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich geil. Auch wenn das klar für spätere Generationen erst gedacht ist, aber ich weiß nicht, ich bin einfach der Meinung, mal so als Vorschlag, jeder sollte seine Rente einfach selber in Angriff nehmen. Weil wenn du mal siehst, wie viel, ich glaube, ich habe mir den Spaß mal gemacht. Also wenn wir jetzt einfach nur mal, ich glaube von, gehen wir einfach mal von 3600 brutto aus, haben muss ein Arbeitgeberanteil und ein Arbeitnehmeranteil. Und momentan haben wir 18,6% Rentenbeiträge. So, dann kannst du ja von diesen 3600, machen wir jetzt einfach mal 720, das sind knapp 20%, ist ja jetzt burscht, 720 Euro fließen jeden Monat in die Rentenversicherung. Wenn du diese 720 Euro mal dann auf mal 12 bist, dann bist du bei, boah, jetzt lass mich schätzen, 8400 Euro im Jahr. Grob jetzt einfach mal 8400 Euro. Und dann machen wir das Ganze mal mal 45. Ich brauche jetzt einen Taschenrechner. Also 8400 Euro mal 45. Und das ist ja das Mindestding nach jetzigem Stand. Wir werden das sowieso nicht mehr so erleben. Dann hast du theoretisch ein Vermögen von 378.000 Euro. Finde ich krass viel. Ja. Finde ich wirklich viel dafür, dass du im Endeffekt möglicherweise diesen Zuschuss gar nicht mehr kriegst. Also deine Rente, weißt du ja nicht. Du weißt nicht, was in diesen Jahren ist. Weil es ja sowieso schon fremdfinanziert wird. Und dann jetzt überleg mal, was du mit 378.000 Euro, du gehst in Rente und hast 378.000 Euro auf dem Konto. Was du damit anfangen könntest. Verstehe ich auch nicht. Und du könntest das vor allen Dingen noch in einen Fonds investieren. Da sind wir zwar wieder bei unserem anderen Thema. Aber du könntest halt einfach das Geld anders einfach investieren. Es muss ja nur sein, dass der Staat sagt, ey, du musst so und so viel sparen. Aber du musst es, okay, weiß nicht, wie das wieder durchzusetzen ist. Gibt es Mittel und Zwecke, gibt es bestimmt irgendwie, das wieder durchzusetzen. Ja, dass der Arbeitnehmer, keine Ahnung. Du müsstest die Leute einfach mehr finanziell weiterbilden. Weil das ist so das Problem. Geh doch mal zu irgendwelchen. Selbstständig. Die müssen mal ein bisschen, die Leute müssen... Und man muss vor allen Dingen diese Mündigkeit nicht absprechen. Dass man von vornherein gleich sagt, ja, ihr schafft das sowieso alle nicht. Komm, gebt uns mal das Geld, wir machen das für euch. Und das ist das Problem. Weil ich würde jetzt mit meinem finanziellen Verständnis, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder ich sage jetzt einfach finanzielle Bildung oder so, die sich jeder aneignen kann, die halt dann aber auch geschult werden müsste. Und nicht, dass der Staat dann wieder eingreift, ey, ihr müsstest jetzt bei Bank XYZ und sowas einzahlen, nur damit die Bank hier auch wieder ihre Profite, wie mit der Riester-Rente und so einem Schmachsinn gibt. Da sowieso aufpassen. Aber ich würde sagen, du würdest besser leben mit 400K am Ende von deinem Arbeitsleben jetzt einfach mal, weil 400K ist, würde ich sagen, ein gutes Polster, wenn du in Rente gehst. Ja. Und davon kannst du vielleicht besser leben oder dir sogar noch eine Immobilie kaufen. Oder könntest theoretisch über dein Leben, sage ich, dir auch eine Immobilie dadurch wiederum leisten. Das ist ja das andere, weil du das ja effektiv netto mehr hast. Das heißt, du könntest dir auch vielleicht mehr Immobilie wiederum leisten. Oder viel mehr Menschen die Möglichkeit geben, in Immobilien zu investieren. Richtig. Und da weiß ich nicht. Also wenn du solche Zahlen siehst, da fällst du einfach vom Glauben ab und dann hörst du noch 112 Milliarden. Wir reden von Milliarden. Das sind andere Länder, haben nicht mal so viel Budget zur Verfügung und wir ballern das in eine Rentenversicherung, die nicht mal mehr richtig safe ist oder wo das Rentenniveau immer weiter absackt und du auch noch bis 70 arbeiten musst. Das funktioniert einfach nicht, bin ich einfach der Meinung. Vielleicht, indem ich das ganze Thema ein bisschen zu aggressiv hier war. Aber ich merke schon, das ist echt so dein Thema. Du bist richtig on fire. Ja, weil das einfach so Ding ist. Ich habe oft genug, ich sage jetzt einfach mal, mit der älteren Generation auch Gespräche geführt. Weil ich meine, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann ist ja auch, oh ja, denkst du schon an die Rente und so und Rente ist doch sicher und so. Und vor allem, wenn du dann noch, Leute kennst, die ja bei der Rentenversicherung arbeiten, und die dich dann noch überzeugen will, dann denke ich mir so, jo, du kannst mir doch nicht erzählen, wenn ein Staat 112 Milliarden zuschusst, dass das ein solides Unternehmen ist. Ja, doch, das ist alles sicher. Ja, ja, sicher ist es, solange es auf dem Konto ist. Und dann passiert nur irgendwas und dann haben wir keine Arbeiter mehr, dann ist die Rente nicht mehr sicher. Weil wie sollst du es dann noch finanzieren? Die Leute wandern aus aus Deutschland, wir haben weniger Leute, die arbeiten, und es funktioniert einfach früher oder später nicht mehr. Und dann muss man halt auch sich mal, auch jetzt vor allem in jungen Jahren, und das ist auch so ein Thema, glaube ich, da machen sich einfach noch zu wenig Gedanken rum. Weil es aber auch nicht kommuniziert wird. Es ist immer noch dieser Gedanke, du gehst in die Schule, du gehst arbeiten, Rente ist safe. Egal was, Rente ist safe. Du hörst immer nur, Rente ist safe. Und dann wird sich aber immer beschwert, von der Rente weiß ich nicht, ob ich leben kann. Ich habe es euch am Anfang des Podcasts gesagt, ich würde 1.250 Euro Netto-Rente kriegen, wenn mein Verdienst weiterhin ansteigt. Das ist ja das Nächste. Jedes Jahr wird ja diese Beitragsbemessungsgrenze erhöht. Jedes Jahr wird die Zahlung, die du leisten musst, oder den Verdienst, den du haben musst, wird immer weiter erhöht. Und wenn der nicht erhöht wird, dann ist zum Beispiel mal was mit Corona, wo du keine Entgelterhöhung kriegst, dann hast du auch nicht mehr diesen Entgeltpunkt. Und das steht einfach meiner Meinung nach in keiner Relation. Oh Gott, Sprachfehler gerade. Relation, ja. Müsste einfach geändert werden und den Leuten aber auch bewusst gesagt werden. Aber du kannst als Staat ja nicht sagen, die Rente ist nicht mehr safe. Was meinst du, was dann für eine Panik wieder draußen los wäre? Und was für ein Geschrei da wieder wäre? Du müsstest das irgendwie unter der Hand versuchen oder jeder Bürger müsste theoretisch, sobald er in der 10. Klasse ist, über finanzielle Bildung meiner Meinung nach aufgeklärt werden. Ein eigenes Schulfach gehört einfach dazu. Warum nicht auch mal was fürs Leben lernen? Jetzt sind wir wieder beim Thema Schule. Ja. Kam heute gerade raus, glaube ich, ne? Ja. Also, ja, da sind einfach viele Faktoren. Viele, viele Sachen, wo man sich denkt, ey, Leute, ihr habt eigentlich alles in der Hand. Ihr habt die Schule in der Hand, ihr habt die Bildung in der Hand, ihr habt das alles in der Hand. Macht das doch mal vernünftig. Hört doch mal auf, ständig die Leute für doof zu erklären. Weil ein Stück weit ist es ja auch gewollt. Und stell dir mal vor, wir hätten alles nachdenkende, schlaue Leute. Dann würde ja irgendwann, würde man dann ja erkennen, dass wir die ganzen Politiker nicht mehr bräuchten. Aber okay, ich schweife ab. Ja, ne, aber es ist einfach so. Das geht in viele Faktoren einfach über. Und deswegen... Ich fand's halt auch so witzig, weil ich jetzt auch gerade diesen Artikel gelesen hab, kurz vor unserem Podcast, dass da wieder einer ist, der auch wieder natürlich die Rente mit 63 abschaffen will und Arbeitszeitverlängerungen vorschlägt. Und da hab ich mal so ein bisschen in den Kommentaren gelesen und der eine meinte, ja, das Problem, was dabei entstanden ist, also ganz am Anfang war es halt so, jeder hat sich auf seinem Gebiet spezialisiert. Und der Bäcker hat das Brot gemacht, der Arzt hat die Leute wieder gesund gemacht, der Bierbrauer hat das Bier dazu gebraucht. Und am Ende hatten alle was davon, weil der Bäcker und der Bierbrauer waren immer gesund, der Arzt hatte immer Brot und Bier zu trinken und alle hatten so ihren Teil. Und das Ganze kam dann aus dem Gleichgewicht, als plötzlich einer daherkam und meinte, er muss nichts anderes machen, als die Aufgaben zu verteilen. So, und wie viel haben wir von diesen Führungskräften heutzutage? Leute, die nichts anderes machen, als quasi zu delegieren, Aufgaben zu verteilen. Und damit hat er natürlich auch indirekt die ganzen Politiker gemeint, die da stundenlang eigentlich keinen Mehrwert bringen, also keinen reellen Mehrwert, weil die sitzen ja nur in ihren Stühlen und diskutieren teilweise monatelang. Und kriegen Pension und zahlen nicht ein. Das ist es ja. Da entscheiden Leute über dein Leben im Endeffekt, die selber keinen Scheißpfennig in diese Rentenversicherung einzahlen, weil sie ihre Scheißpension kriegen. Die müssen zwar einmal für den Bundestag kandidieren, weil die kriegen acht Jahre dann die Bezüge und haben mehr Pension, als wenn du hier 45 Jahre arbeitest. Und sind dann nicht mehr in diesen Vorlesungen drin, wo sie eigentlich anwesend sein müssen und entscheiden dann irgendeine Kacke über deinen Kopf hinweg. Also sowas muss man einfach abstrafen, sowas muss der Wähler abstrafen, aber leider sieht man ja an gewissen Zahlen. Ja, das Problem, du könntest es in Deutschland wahrscheinlich, um vielleicht auch mal einen Lösungsvorschlag zu nennen, indem du einfach alle einzahlen lässt vielleicht. Wir haben so viele Selbstständige, erzähle ich mich jetzt auch mal dazu, die nicht einzahlen. Wir haben Pensionäre oder Beamte, die auch nicht einzahlen, die teilweise viel, viel mehr verdienen. Dann wäre das Rentenniveau vielleicht auch deutlich höher. Ich glaube, in Österreich ist es so, die kriegen sogar eine 13. Monatsrente. Das heißt, Weihnachtsgeld kriegen die als Rente einfach in Österreich. Da funktioniert es auch. Alle zahlen ein und fertig. Und hier in Deutschland wird seit Jahren drüber geschritten, nee, nur die normale Arbeitnehmerschaft. Aber wo kommt denn, das ist ja der lustige Faktor, die Arbeitnehmerschaft dadurch wird ja nicht, ja, diese 3.680 Euro, die du im Monat verdienen musst, die werden ja nicht dadurch berechnet, durch die paar Leute, sondern durch die allgemeine Masse, die in Deutschland das Geld erwirtschaftet. Und das passt nicht. Nee. Weil dann hättest du einen viel, viel niedrigeren Mindestbetrag, den du einzahlen müsstest, um die gleiche Rente zu bekommen. Und das funktioniert nicht. Entweder alle, oder du lässt es sein und gibst es jedem in die eigene Hand. So sieht es aus. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort einfach. War wieder eine sehr, sehr lange Folge, auch wenn ich dieses Mal, ich glaube, viel, viel mehr gequatscht habe als du, aber ist egal, weil mich das Thema einfach teilweise mehr hat. Das ist okay. Ich habe gemerkt, das ist dein Thema. Und ich hatte dir ja im Vorfeld auch gesagt, das ist nicht so mein Thema, aber das ist doch okay. Also jeder kann ja mal so dann zu seinem Thema auch ... Richtig. Richtig. Nee, aber es ist halt auch ein Thema, was halt viele auch da draußen, vor allem euch da draußen, halt wahrscheinlich auch betreffen wird oder immer noch betreffen. Das stimmt, das betrifft uns alle. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe mich mit dem Thema gar nicht so hart auseinandergesetzt, wie du jetzt. Also du hast wirklich erstaunlich viel Ahnung. Ich habe selbst jetzt auch viel gelernt hier für den Podcast. Ich habe in dem Beruf gearbeitet. Also so über Ecken und sowas. Also ich weiß schon im Endeffekt, von was ich rede da. Ja. Also ich habe halt das Einzige, was ich gemacht habe damals in meiner Blauäugigkeit und weil eine Freundin mich damals dazu überredet hat, habe ich halt mal Riester gemacht und bin da aber, wie gesagt, mittlerweile auch raus. Hat mich dann ein paar Tausender gekostet. Aber im Endeffekt war es das wert, dass ich raus bin aus der Scheiße und nicht weiterhin in dieses Boden, in dieses Pass ohne Boden da einzahle, noch zusätzlich. Und ja, ich gehe einfach, also ich habe mich nicht so erkundigt da, ich kenne mich da nicht so aus, so im Detail wie Manu, aber ich sorge vor. Ich sorge vor mit Immobilien, jetzt auch ein bisschen mit Krypto. Wenn wir die Immobilie abbezahlt haben, werde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Aktien und Gold anfangen. Da habe ich im Moment einfach kein Geld zu, weil es alles in die Immobilie fließt bei uns. Dadurch, dass die Zinsen steigen und so weiter, bla bla bla, aber egal. Ja, im Grunde genommen ist das ein Thema. Da sollte sich jeder auf die ein oder andere Art mal mit auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Und ich kann es euch nochmal an das Herz legen. Gebt einfach mal Renteneinkunft oder Rentenauskunft anfordern auf Google ein. Geht dann zur Deutschen Rentenversicherung auf die Seite. Zieht euch das einfach mal raus. Wie gesagt, fordert euch das mal an. Ich glaube, ihr werdet teilweise echt schockiert sein. Vor allem für alle, die unter 27 sind, weil ab 27 werden die sowieso angeblich jedes Jahr verschickt. Ich habe, wie gesagt, noch keinen bekommen. Ich habe ihn manuell angefordert. Aber fordert euch den gerne mal an. Guckt es euch an. Reflektiert mal. Und dann guckt einfach mal, ob ihr möglicherweise mit diesem Betrag leben könntet. Oder ob ihr durch diese Folge jetzt möglicherweise vielleicht auch ein bisschen selber nochmal nachdenkt. Okay, ich muss vielleicht doch vorsorgen. Weil so, ich persönlich würde sagen, es würde einfach nicht reichen. Vor allem, wenn du alleine bist, tut es, glaube ich, dann richtig weh im Geldbeutel, wenn du dann mit so einem Betrag in Rente bist. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören auf jeden Fall. Es ist schon wieder 36-Minuten-Folge geworden. Ich glaube, ein neuer Rekord. Aber gut, ist halt jetzt mal wieder so eine Special-Folge, wo wir einfach mal wieder ein bisschen rausklatschen. Die nächste wird auf jeden Fall kürzer, hoffe ich. Aber das sage ich immer. Oder wir. Und nee, dann bedanken wir uns fürs Zuhören auf jeden Fall. Like da lassen. Gerne den Podcast auf Apple und natürlich auf Spotify abonnieren. Jeden Dienstag kommt das Ding dann nochmal auf YouTube online. Immer ein bisschen zeitversetzt, damit die Leute hier auf Apple und auf Spotify natürlich ein bisschen vorrangig dran sind. Und ja, dann gehen wieder die letzten Worte wie immer an dich, Benji. Ja, ich verabschiede mich dann auch mal an dieser Stelle. Wir hoffen alle auf eine nächste Folge wieder zu dritt mit Puzzles. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.